Und die andere Idee wäre, falls du das Spiel zweimal machst... Dann machen wir halt eine Ecke Bossa-Nova, eine Ecke Drum & Bass, eine Ecke Grindform... ...und eine Ecke Ballade oder so. Ich meine, ich habe ja den leichtesten Job teilweise. Richtig. Lass dich drauf machen. Das Spiel heißt Radarspiel. Es geht darum, ich hoffe, das geht, ihr müsst euch durch den Raum bewegen. Das ist ja schön. Da stehen wir drauf. In eine Richtung oder in mehrere? In eine Richtung oder in mehrere? Und wir suchen uns eine Person raus und diese Person kann durch ihre Bewegungen irgendwie die Musik beeinflussen. Der Clou ist, ihr wisst erstmal nicht, welche Person das ist, aber ihr werdet es über kurz oder lang herausfinden, wenn ihr es seid. Das ist ja schön. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.